Die 5 besten Kommoden mit einer Tiefe von 40 cm, Los 5 Mechores Produktos, Komodaste 40 cm de Profundidad. Ich bin absolut begeistert von meinem neuen Mokebo Sideboard Holz oder Kommode Weiß die Elegante. Das Design ist schlicht und elegant, passt perfekt in mein Wohnzimmer und bietet viel Stauraum. Die Schubladen laufen reibungslos und die Qualität des Materials ist spitze. Ich habe das Sideboard als TV-Schrank genutzt und bin auch hier total zufrieden. Die Größe von 150 x 81 x 34 BHT NCM war für mich perfekt und ich kann das Teil nur jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem modernen und praktischen Schubladenschrank fürs Wohnzimmer, Schlafzimmer oder Flur ist. Ich habe die Forhill 124,5 cm hohe Kommode in Weiß gekauft und bin sehr zufrieden damit. Die Hochkommode hat insgesamt 9 Schubladen und bietet somit genug Stauraum für meine Kleidung. Auch der schmale Aufbau der Kommode ist perfekt für mein kleines Schlafzimmer. Die Maße von 124,5 cm x 45 cm x 40 cm HXBXT sind ideal und die Qualität des Schubladenschrankes ist hervorragend. Ich kann die Forhill Kommode jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem stilvollen und funktionalen Möbelstück für sein Schlafzimmer ist. Ich habe die Fornix Kommode mit 4 Schubladen gekauft und bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Das Vintage Braun alte Holzdesign passt perfekt zu meinem Einrichtungsstil und verleiht meinem Schlafzimmer einen rustikalen Charme. Die Kommode ist geräumig und bietet ausreichend Platz, um Kleidung und Zubehör aufzubewahren. Die Schubladen gleiten reibungslos und sind sehr stabil. Die Aufbauanleitung war einfach zu verstehen und der Aufbau der Kommode war mühelos. Insgesamt würde ich diese Kommode jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Mehrzweckschrank sucht. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Hogsock Kommode Vice Sideboard mit 4 Schubladen. Dieser Beistellschrank ist einfach perfekt für meine Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer und Flur. Er hat genug Stauraum für all meine Sachen und sieht dabei auch noch sehr elegant aus. Der Aufbau war sehr einfach und das Material ist sehr robust. Außerdem ist die Größe von 74 x 40 x 94 cm perfekt für meine Bedürfnisse. Ich kann diese Kommode auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Malux Mäble Kommode R2. Sie bietet unglaublich viel Platz und das moderne Design passt perfekt zu meiner Einrichtung. Die Hochglanzoptik sorgt für ein elegantes Aussehen und die 4 Schubladen und 2 Türen bieten genügend Stauraum. Die Kommode ist sehr stabil und wirkt sehr hochwertig verarbeitet. Ich kann sie jedem empfehlen, der auf der Suche nach einer praktischen und stilvollen Aufbewahrungsmöglichkeit ist. Ein tolles Produkt! Wir sehen uns im nächsten Video!